Mit Journey generiert euch atemberaubende Bilder, genauso wie Stable Diffusion oder Doll E oder auch natürlich Bing. Und ja, es gibt wahnsinnig viele Tricks dafür. Wir wollen hier uns heute mit einem Leitfaden fürs Bildergenerieren beschäftigen. Das heißt, im Grunde sind eure Bilder beim ersten Versuch fast immer ugly oder irgendwie unpassend. Aber sie werden nach und nach besser und das liegt an dem Prozess. Das heißt, wir wollen heute den iterativen Prozess beschreiben, der eigentlich so einen Bildbau-Vorgang ausmacht. Wir starten in den seltensten Fällen wirklich mit einem perfekten Prompt, sondern wir fangen einfach an. Und ich habe jetzt hier einfach mal mir vorgenommen, wir bauen etwas, das uns zufrieden macht, das einfach ein schönes Bild ist. Das kann natürlich ein Logo für eure Website sein, das kann ein was auch immer sein, was ihr eben gerade braucht. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, das zu generieren, was ihr gerade braucht oder was ihr schön findet, aber nicht einfach irgendwas. In meinem Fall, lasst uns doch mal eine norwegische Waldkatte bauen. Ich habe selber zwei und ich mag sie wirklich sehr. Und ja, warum eigentlich auch nicht? Also, lasst uns eine Norwegian Forest Cat bauen. So, das Erste, was wir bekommen, also ja, ich meine, ugly ist vielleicht die falsche Bezeichnung dafür, aber es wird wahrscheinlich nicht besonders gut werden. Und der Grund dahinter ist eigentlich relativ simpel. Norwegian Forest Cat gibt es in einer Million Geschmacksrichtungen, beziehungsweise ich könnte mir 100.000 Bilder mit norwegischen Waldkatzen vorstellen, weil, ja, man kann natürlich alles da rein interpretieren. So, wir sehen hier, dass die Bilder jetzt nicht schlecht aussehen, aber halt doch ziemlich uneins sind und sehr viel Varianz drin ist. Wir können nicht wirklich sagen, welches davon irgendwie das ist, was wir haben wollen, weil wir es natürlich auch gar nicht definiert haben hier. Wir haben nur gesagt, baue mir ein Bild von einer norwegischen Waldkatze, aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Okay, das ist also ein Anfang. Was wir jetzt also machen ist, wir verbessern den Prozess iterativ. Das heißt, wir nehmen das alte Prompt und fügen dem etwas Neues hinzu. Das heißt, wir sagen, wie die norwegische Waldkatze aussehen soll. Zum Beispiel unser kleiner Kater, rote norwegische Waldkatze, red Norwegian Forest Cat, sleeping on a desk, gaming set up with curved big monitor. So, und das ist schon mal jetzt ein bisschen größer geworden. So, jetzt wissen wir schon mal, okay, was ist eigentlich so die Umgebung davon. Das heißt, ich würde euch am Anfang erstmal vorschlagen, baut euch was zu eurem Motiv und anschließend definiert das, was drumherum ist. Also zum Beispiel in unserem Fall, wie soll die norwegische Waldkatze aussehen? Soll es eine rote sein oder soll es eine mehrfarbige sein? Soll es von mir aus ein Männchen oder ein Weibchen sein? Soll es, ähm, soll es, was soll die Aktion sein? Wo soll es sein? So, jetzt sehen wir gleich, wie das funktioniert hat oder wie es auch vielleicht nicht funktioniert hat. Gut, hier können wir schon relativ deutlich erkennen, manches davon hat funktioniert, aber irgendwie sieht es weird aus. Also das hier oben, da ist der Screen natürlich viel zu klein. Hier sind es irgendwie zwei Screens, aber der eine ist ganz komisch. Und die Katze sieht auch ganz, ganz seltsam aus. Hier sehen wir, mhm, die Katze ist irgendwie so ein Teil vom Bildschirm. Und hier, das sieht eigentlich ganz okay aus. Was wir jetzt machen können, ist, wir nehmen dieses Prompt und verfeinern das Ganze. Und schauen mal, wo eigentlich dieser Fokus draufliegt. Der Fokus soll ja auf der Katze sein und nicht auf dem, ähm, nicht auf dem Bildschirm, beziehungsweise auf dem Gaming-Desk. Ähm, also das heißt, sleeping on a desk with a gaming setup with a curved big monitor. Und hier geben wir dann einfach noch ein paar Informationen zusätzlich zu der norwegischen Waldkatze. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel, ähm, cat in focus. So was zum Beispiel. Und, ähm, damit können wir dann quasi auch setzen, okay, da drauf soll jetzt wirklich die, ähm, ja, der Fokus liegen von diesem, von diesem Prompt oder von, von diesem Bild. So, das sieht schon mal deutlich besser aus, finde ich. Also klar sieht man hier jetzt nicht unbedingt den, äh, Bildschirm immer. Aber, ähm, es sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Die Katze liegt auf jeden Fall da. Aber irgendwie sieht die Katze ein bisschen, ähm, unecht aus. Ein bisschen arg comic-haft. Und jetzt kann man sich natürlich entscheiden, okay, wie will ich eigentlich meinen Stil des Bildes haben? Das heißt, wir gehen hier nochmal her und nehmen das hier einmal mit. Das ist eigentlich ganz okay gewesen, finde ich zumindest. Also das war so ein bisschen das, was ich mir vorgestellt hatte. Jetzt überlegen wir uns, okay, ähm, welche Perspektive wollen wir, ähm, welche, ja, welche Art wollen wir sehen? Hier gibt es einige, ähm, ja, Kamerabezeichnungen, die man sich dann irgendwann einfach merken kann. Ich würde jetzt hier mal eine 85mm Kamera nehmen und das einfach als Perspektive generieren lassen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit gemacht habe. So, das ist also eine spezielle Art von, äh, Kamera, äh, ja, Kamera kann man sagen, die dann eben dieses Foto aufgenommen hat. Und übrigens, norwegische Weikatzen sind wirklich so unfassbar flauschig, wie sie da aussehen. Ähm, und sie sieht tatsächlich unseren kleinen Kater relativ ähnlich. Anyways. Ähm, also zumindest das hier oben. Genau, das ist schon mal sehr, sehr gut, wirklich, muss man sagen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden und ich bin relativ happy damit. Jetzt würde ich allerdings das noch gerne ein bisschen verfeinern, denn hier gibt es noch ein paar Dinge, die ich gerne anhänge. Und zwar sowas wie, ähm, also ihr könnt natürlich einen Künstler anhängen, wenn ihr irgendwie einen Künstler dran haben wollt. Ich würde allerdings jetzt in diesem Fall auf Photography gehen, also Fotorealistik, also Fotorealistisch und das ist ein Foto und so weiter und so fort. Aber das darf man auch gerne doppelt betonen, schadet an sich nicht. Ähm, und wir können gleichzeitig noch, ähm, das Format grundsätzlich angeben. Also ihr könnt zum Beispiel auch sagen, es soll bitte in einem, keine Ahnung, äh, in einem Cartoon sein. Gut, dann macht Fotorealistisch nicht mehr so viel Sinn. Oder es soll in irgendeinem, ähm, irgendeinem Magazin erscheinen. Das könnt ihr natürlich alles angeben. Ihr könnt den Kunststil angeben, klar. Ihr könnt aber auch noch sowas angeben wie, ähm, sowas wie Charming. Das geht natürlich auch. Also solche Adjektive sind immer super. Immer, immer. Das heißt, ihr könnt hier die Katze noch ein bisschen cuter aussehen lassen, cute eingeben. Und ihr könnt vor allem auch noch sogenannte Booster angeben. Booster sind etwas ganz, ganz Lustiges, in dem man einfach nochmal zusätzlich Detailgrad definieren kann. Also wenn ihr zum Beispiel, ähm, 4K sagt, dann kommt, oh, hoppla, wo sind wir, warum ist mein, ähm, Caps Lock, ähm, ja, Num Lock aus. Äh, 4K würde zum Beispiel nochmal hier ein paar mehr Details hinzufügen. 8K macht nochmal mehr Details hinzu. Das macht aber natürlich nicht unbedingt immer Sinn. Ähm, wir können auch sowas wie Extremely Detailed angeben. Oder Beautiful. Manchmal funktioniert das tatsächlich auch. Und hier heißt es einfach tatsächlich, ja, ähm, ausprobieren. Für Renderings empfiehlt sich sowas wie High Poly oder Low Poly, falls ihr niedrige Pixel haben wollt. Sowas zum Beispiel. Das sollte aber eigentlich, ähm, soweit reichen. Ich mache jetzt noch Cinematic hinten dran. Und dann sollten wir hier mit den ganzen, ähm, Extra-Faktoren langsam am Ende sein. Und so baue ich eigentlich immer ein Prompt auf. Das heißt, es ist selten eigentlich wirklich nur ein, ja, ich mache jetzt ein Bild und bin danach fertig. Sondern es ist erstmal das Was. Dann gucke ich, okay, was für Details kann ich vielleicht hinzufügen, die das Ganze weniger Varianz geben. Ja, äh, dass ich wirklich immer mit demselben Bild oder mit zumindest einem ähnlichen Setup von dem Bild bei rauskomme. Ihr seht hier, natürlich ist da immer noch Varianz drin, aber es wird auf jeden Fall besser. Dann füge ich ganz gerne den Fokus hinzu. Dann füge ich Kamera und weitere, ähm, Extras hinzu. Und dann kommen wir bei sowas raus. Und ich muss sagen, ich finde, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist sehr, sehr flauschig. Aber, ähm, ich glaube, das trifft auch ungefähr das, was wir haben wollten. Und natürlich kann man da jetzt nochmal rumspielen. Natürlich kann ich mir hier nochmal neue Varianten davon generieren lassen. Weil die hier unten, die ist zwar ein bisschen sleepy, aber schläft definitiv nicht. Ähm, und das hier oben sieht mit dem Bildschirm ein bisschen seltsam aus. Aber grundsätzlich, ähm, kann man das definitiv als Success verbuchen, würde ich sagen. Und ja, dementsprechend können wir hier jetzt eins davon abscalen und sind dann eigentlich relativ happy damit. Cool. Alles klar. Ja, das war's von meiner Seite so, als, um, um euch mal den Prozess von so einem Bild auch mitzugeben. So, das sind die finalen Ergebnisse. Ich würde sagen, das hier oben rechts, das würde ich definitiv nehmen. Das ist ein schönes Bild. Ähm, was wir hier noch vergessen haben, ist, dass ihr natürlich auch noch die Beleuchtung einstellen könnt. Also die Farbe der Beleuchtung. Die Wärme der Beleuchtung. All diese Informationen, die man theoretisch als Fotograf auch irgendwie mitbekommt. Und ja, das könnt ihr tatsächlich alles im Bild einstellen. Also sowas wie die Wärme in, ähm, in, äh, Kelvin. Das geht tatsächlich und das könnt ihr machen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, wie gesagt, das ist kein Ansatz, der nur in Midjourney funktioniert. Ich finde, nur in Midjourney kommen für mich persönlich in den meisten Fällen die schönsten Grafiken raus. Aber selbstverständlich geht das auch mit Stable Diffusion, mit Dolly und mit Bing. Und, ähm, gerade Stable Diffusion hat so viele, ähm, naja, Models, also Neural Networks, die hinten dran das ganze Ding powern, dass es wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Je nachdem, wenn ihr genau das richtige Netz benutzt für die Sache, die ihr generieren wollt. Also, ja, ähm, viel Spaß beim Rumprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.